Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu 7 days to die Alpha 19 Tag Nummer 26 mit der betörenden sexy Hexie in ihrem neuen rosa Staubmantel Jawohl, wunderschön, hallo Ja, ein Traum in Pink Ja genau, ein Traum in Pink, wunderbar, genau so Jetzt musst du noch deinen Rucksack einfärmen Ja, das geht glaube ich nicht, ärgerlicherweise Ja, ich mache noch ein bisschen Fleisch Und dann machen wir uns auf die Socken, ne, denn Denn wir brauchen Motoren Motoren, zwei Stück mindestens, ne Mindestens, ja, mehr ist immer schön Kann man immer noch für andere Dinge brauchen Werden wir auch mit Sicherheit Für den Generator, für weitere Fahrzeuge und so weiter Und so weiter, aber zwei brauchen wir jetzt erstmal für die Minibikes Jawohl Ich mache mich schon mal auf dem Weg, die drei Minuten Werde ich schon noch irgendwie überleben Was? Das ist aber gefährlich Ups Ja Und runter hier So Wo müssen wir jetzt hin? Du hattest Süden gesagt, ne? Ja, ich hatte Wüste gesagt, wenn die im Süden ist, ja Die ist im Süden, ja Okay Ich bringe hier noch unsere Fackeln am Leuchtturm an und dann können wir los Ah ja So, fertig Okay Dann Reite voran Wo bist du? Ich bin schon hier Hilfe Ah da Ja, wir müssen noch 30 Sekunden warten, dann ist meine Schürfwunde gefeilt Dann kann ich auch wieder laufen So, so 30 Sekunden, ne? Ja, genau Willst du jetzt die 30 Sekunden nutzen, um vor mir wegzulaufen, oder was? Ja, vielleicht kann ich ein bisschen Abstand gewinnen Aha Was ist denn da los? Da stirbt irgendwo ein Schweinchen, würde ich sagen Äh, oder ein Hase Oder ein Hase So ein Kanickel Ja Gucken wir doch mal da rein Ja, ich glaube, das ist der, den ich schon geplündert habe Dadurch, dass wir überhaupt gar keine Autos rumstehen, würde ich behaupten, dass Den hatte ich schon Ja, sieht schwer danach aus Ja, also ich meine, wir können natürlich mal rein ins Gebäude, klar, keine Frage Hier ist der Hase Dahin habe ich gesucht Ja, dann Dann lege ich schon mal auf den Ich meine, wir können das Gebäude ja ruhig mal plündern, was soll's Ja gut, muss ja nicht jetzt sein Ich meine, wir waren wirklich ohne Kopf und Brieche Sollte ich mich mal angewöhnen, auch zu treffen, das ist echt ein bisschen sinnvoller Ach quatsch Ja gut, also in allenfalls steht vielleicht noch ein Auto innen drin Das könnte natürlich noch einen haben Das könnte sein, ja Das wäre das einzige, was ich jetzt sagen würde Okay, dann lass uns doch nochmal gucken Direkt was aufgeweckt Tür ist zu Oh, eine Menge aufgeweckt kann das sein Ja, also wenn überhaupt ist glaube ich auch da nebenan in der Fahrzeughalle interessant Das ist ja glaube ich das Verwaltungsgebäude Ah, ich weiß Oh, oh, hinter Okay, sie fallen von oben runter Nee, komm rein Ja, also, ja Von oben runter meint ich auch Ja Von oben runter meinte ich auch draußen Vieles sind nämlich gerade da an der Hauswand Ja, klar, da oben uns noch die Scheibe eingeschlagen Ah, deswegen auch das Glas Das Glas nicht wäre Ja gut, dann lass uns doch zumindest nochmal in die Halle reingucken Und dann plündern wir das gesamte Gebäude nochmal ein andermal Mal gucken Was die Ja Was uns der Innenraum preis gibt Ja, da ist zumindest ein Auto Gut, wie das immer so ist Wahrscheinlich jetzt genau aus Kommt genau aus dem Auto Kommt wahrscheinlich zwei Motoren raus Bestimmt Ja, okay Da oben Da oben Da oben Kommt jetzt runter Da oben Ja, ich glaube ich gehe wieder raus Oh, 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 oh Ja, ich will auch aus Äh, halt Hilfe Scheiße 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 Oh, verdammt nochmal, Digga Du hast aber gerade fett in der Falle Das hat mich aber jetzt gerade Lebenspunkte gekostet, ey Wie Ja, gut Hm So So Fangen wir doch mal mit dem Auto an Gut, ich besuch derweil den Wind Hm Oh, oh, das ist da Oh, oh, Vorsicht Kommt mir ganz da vorne Ach du Scheiße Wie aufstehen Kannst du das liegen bleiben mit ab Aufstehen ohne Kopf Wie geil Was ist denn hier los? Ja, wir brauchen hier Fahrungspunkte Dann 3, 2, 1 Feuer Zack Zack Und tschüss Wirst du wohl liegen bleiben Pass auf da in diesen So Also zum einen Ist hier direkt im Süden noch Autos Und hier im Nordosten sind auch noch Autos Fangen wir mal mit denen im Süden an Ey, ich hab nen Motor Ja Oh, da hinten steht ein Schulbus Das ist gut Da kommt bestimmt ein Motor raus Damit kann ich nämlich Da verlierst du schon Sachen Die liegen unter W Ja, das Da liegt ein Motor, ne? Echt? Ja Ja, ich konnte nicht mehr aufnehmen Das ist genau der Punkt Ich nehm das mal weiter auseinander Und dann müssen wir vielleicht gleich Verteilen Aber dann hätten wir jetzt schon zwei Motoren Damit wären wir schon ganz weit vorne So Die Bleibatterie kann ich nicht mehr nehmen Den Motor kann ich nicht mehr nehmen Ich bin auch knallvoll Ja Moment Dann Die müssen wir aber dringend nehmen Ja, ja Ähm Was kann man denn liegen lassen dafür Ja, warte mal Also ich glaub die Angelblei brauchen wir nicht wirklich Oder warte mal Ich hab hier so zwei Kunststoffteile Die brauchen wir nicht Bo Hast du jetzt schon was raus Hast du den schon genommen? Ne Wo sind denn die Motoren hin? Ach, scheiße Dann sind die despawned Ach, ne Ey Das ist finde ich aber kacke Dass die so schnell die spawnen, ey Also Scheiße Ja Gut, hilft nix Hilft nix Dreck Das ist echt jetzt Dreck Scheiße Oh Ist auch schon wieder 19 Uhr Und wir müssen noch nach Hause Okay, also ich glaub da hinten steht noch ein Auto Das würde ich schon ganz gerne noch mal probieren Und dann Müssen wir sowieso nach Hause Da hinten ist noch so ein eingezäunter Platz Da könnte ein Parkplatz sein, ne? Ja, weiß ich nicht, aber Also da könnten auf jeden Fall noch mehr Autos stehen, so Ja Oh, da nebendran ist auf jeden Fall noch Ja, hier sind Autos Zwei Wracks sehe ich hier Sehr gut Und nebendran auf dem sind auch noch Äh Also mindestens ein Auto Okay Das nehme ich noch mit, bevor ich da auf das Gelände komme Ja Ja, ich Fange schon mal an aufzuräumen Die sind eher nicht Nämlich auch Bewohner von diesem Gelände Hä? Das heißt hier ist ein Hund Oh Oh Okay Das war's Das war's Ja, hilft nix Wir müssen, glaub ich, zurück Ja, sieht so aus Ja, sieht so aus Hilft nix Am nächsten Tag Müssen wir's nochmal probieren Mhm Muss leider einen kleinen Umweg gehen Mhm Ist jetzt auch egal, weißt du Ja Aber hier stehen noch Hier stehen noch drei Autos, deswegen Ja Muss ich leider mit Muss ich leider mitnehmen Willst du den Verlust durch den Despawn Motor wieder wettmachen um jeden Preis Ja, ehrlich gesagt ja So Oh, natürlich ist da ein Schläfer War ja klar Okay Pass auf Wir machen's anders Wir machen's Da ist ein Wolf Okay, er läuft weg Pass auf Wir markieren die Stelle Und machen das morgen Ich glaub, sonst bringt das Das bringt sonst nur Unglück Schneller Wegpunkt speichern Okay Gut Also ab nach Hause Ab nach Hause ist natürlich auch Volldampf nach Hause Ja, mit Volldampf nach Hause Scheiße Ich glaube nicht, dass das ein Zombiehund war Nee Der hätte den Schuss überlebt Den hättest du den Schuss überlebt Genauso So So Uff Na gut, wie dem was sei, liebe Zuschauer Das war's mit 7 Days to Die Am Tag 26 Und wir hoffen es hat euch ein bisschen Spaß gemacht Falls ja, lasst uns doch einen Daumen da Und ähm Wenn ihr mehr sehen wollt ein Abo Bis zur nächsten Folge Tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss